Sie sind ein Liebhaber feiner Rotweine, insbesondere derer aus Bordeaux, dem L'Andoc oder anderer guter Lagen dieser Welt? Dann sind Sie bei uns richtig. Willkommen bei Weinfundus Grand Vein de Bordeaux. Weinfundus steht für exzellente Weine, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem für viel Liebe bei der Auswahl des Sortiments. Neben unseren ausgesuchten Bordeaux-Weinen haben wir auch die immer besser werdenden fantastischen Rotweine des L'Andoc im Programm. Fruchtbetonte Weine, die hinsichtlich ihrer Klasse viel Trinkfreude bereiten und eine immer größere Schar von Weinfreunden erreichen. Alle Weine gelangen auf dem direkten Wege aus Frankreich zu uns. Unter besten klimatischen Bedingungen werden sie dann in unserem Firmensitz, der mehr als 200 Jahre alten Kornbrennerei Kisker in Lippstadt, zur Einlagerung gebracht. Von den Lippstädtern, aufgrund der an Loire-Schlösser erinnernden historischen Verzierungen, auch Chateau-Kisker genannt, befinden sich hier alle Weine, die sie bei uns erwerben oder ersteigern. Der Versand an sie geschieht auch direkt von hier. Eine klimatisch einwandfreie Vorlagerung kann somit von uns garantiert werden. Bevor ein Wein hinter diesen fast meterdicken Wänden zur Lagerung kommt, hat er ein umfassendes Auswahlverfahren durchlaufen und seine Klasse unter Beweis gestellt. Hinter all dem steht ein Name, Golo Weber, Weinbuchautor, Liebhaber feiner Weine und Gründer von Weinfundus Grand Vin de Bordeaux. Exklusiv für Weinfundus hat er das WF-Bewertungssystem für Weine entwickelt, das einzige Bewertungssystem weltweit, welches den Preis eines Weines ausdrücklich berücksichtigt. Überteuerte Etikettenweine aus Bordeaux haben bei ihm somit keine Chance. Sein Engagement gilt vielmehr den guten und dennoch bezahlbaren Weinen. Durch Weinfundus erhalten sie den Zugriff darauf. Uns ist bewusst, dass wir mit unseren Weinen Freude bereiten. Denn großartige Weine versetzen Menschen schon seit Jahrhunderten in ein Hochgefühl oder, wie umschrieb es William Shakespeare doch so schön, Der Wein steigt in das Gehirn, macht es sinnig, schnell und erfinderisch, voll von feurigen und schönen Bildern. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude mit den Weinen aus unserer Auswahl. Weinfundus Faszination aus Wein